und herzlich willkommen zu einer weiteren folge 7 days to die mit der mod age of oblivion einer interessanten mod letzte folge habt ihr gesehen ich musste die mission abbrechen weil mir die hütte abgebrannt war weil ich was ausprobieren wollte und das war also ausdauer problem hier ich weiß nicht warum ich bin infiziert dass ich jetzt ist ich bin ich infiziert wird mich infiziert das ist ja ein ding ja da ist mir die hütte abgebrannt weil ich probiert habe in der ohrbombe zu werfen das war keine gute idee so haben wir jetzt alles gefuttert hier wissigkeit bräuchten wir noch da will ich aber jetzt nicht diese bananen trink nehmen nein will ich nicht hier schmeißen wir mal raus das nehmen wir mit wir haben das in honig da können wir das da das und das und das rüber schieben die behalten wir mal weiß ja nie was passiert und glücksbrille lasse ich mal aus ich kriege hier tatsächlich jetzt mit der brille die ich jetzt an habe es ist schon knapp es ist 20 18 aber es müsste eigentlich hinhauen ist jetzt zwei jahre neues gebäude und wir werden uns auch nicht so lange aufhalten die türen ist eh nix das gebäude ist mir auch nicht unbekannt ich habe feststellen aber schon gehabt dachte es wäre neu so ein bisschen mit der ausdauer aufpassen und einfach durchgehen da ist noch jemand aber noch zwei ich habe doch zwei gehört ja säubern einfach nur säubern genau das war auch so ein gebäude was ich am anfang ins auge gefasst habe oder ist das das sogar war darum jetzt nicht mehr die fachkraft für raum und gebäude pflegen so liebe ich das ja ich werde ja mich nicht lange rum eiern jetzt reingucken und weiter fehlt so ein bisschen die zeit hier kann man vielleicht würde ich schon gern mitnehmen ich helfe dir meist samen im klo das ist doch mal was kurz reingucken ja gut da 20 40 euro ich bin gut in der zeit sehr gut sehr gut der zeit kann man ein bisschen guten kann man auch schon noch tschuldigung okay so da geht es irgendwo noch mal hoch ne geht es hier weiter wenn es da also dachfenster ist ja auch schön da geht es runter ja nächste etage runter das kann schön sein ach das waren die das waren die zombies nur die anzahl der zombies die ich 4000 ja gerade vollgemacht die 100 es werden immer hunderter schritte gezählt wird aussieht nun auch nicht schlecht so wir gucken aber trotzdem mal überall rein da gibt es schon mal saatgut kleber ist auch gut aber werden nichts luten außer nichts abbauen also kann man gleich ich will meinen garten ist schon zu einer phobie geworden papier kann man gleich wieder rauswerfen so da ist nichts drin aber die würde ich schon gern abbauen gerade noch gesagt ich baue nichts ab was macht er baut ab das ist jetzt 9 dann habe ich die folge hier wieder angesetzt in die nacht hinein das ist nicht gut so geht es hier weiter nicht ja das sind doch sachen die müssen wir haben ja oder sind wir hier gerade reingekommen hier sind wir gerade reingekommen quatsch ja irgendwo geht es auch weiter problem ist ich weiß nicht was hier an mich zukommt geht es hier rüber weiter trotz nicht runterfallen jetzt kann es runterfallen wer hat mir eine schöne zugebracht das wollte ich auch gar nicht ich wollte eigentlich das messer 20 11 ich sehe mich jetzt schon wieder herum springen und ja jetzt hier rein wahrscheinlich ne 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 erledigt zur mission ist durch hauptblut noch mitnehmen den kann man schon benutzen da haben wir zumindest mal oder was für den bogen das ist gut abgeben können wir leider nicht mehr das wird nicht reichen wo es glaube ich war es nicht zwar nicht soweit schockstab ja schockstab wäre doch schon mal interessant kommen wir hier runter ohne irgendwie zu stehen wir haben hier ein trippenhaus da kann man eigentlich recht gut runterlaufen 36 wir schaffen es noch da kann man noch eine kleine mission annehmen da kann man bei zeiten laufen wir gerade hin zehn eingang na komm 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 wieder ausdauer das ist das gleiche problem da muss ich nämlich ohne ausdauer durch die gegend hier rennen komm jetzt 41 ja das auch noch komm auf geht's die pakete nehmen wir mit genau und inventar ne will ich aufgaben will ich kleine einser vergrabene abholen ne ok sehr weit weg aber egal jetzt so wir haben ab das war jetzt das gebäude was mir so gut aber kein problem wir sind jetzt gleich zu hause denn nachts läuft hier selbst laufen ja seltsame gestalten rum das ist mir schon aufgefallen da wo das licht ist ist auch die leiter könnte man sich gleich noch ein ziehen hängen wir haben noch drei bleiben die da hängen ja 12 ach das wird ja richtig gut hier das an wie das ding er strahlt ist zwar nicht so gut weil die zombies dann glaube ich besser finden das nehmen wir mit das mit hoch falls einer klauen will oder kaputt machen will oder was weiß ich so ja jetzt müssen wir uns nur noch ein bisschen herum wählen das war jetzt einigen war nicht so gut so das kriegt der händler was haben wir hier skill point das sind einfach nur skill punkte mit aussieht aber kurz aufräumen dann machen wir ganz schnell die bücher durch schlagringe dass sie mich jetzt weniger klingen das ist schon interessanter handwerk besser als unserer nee dann machen wir den bogen verändern da können wir das hier rein tun und abschließen so die axt der axt haben wir glaube ich schon alles drin was wir brauchen ja auch noch einen stuhl ok ja wird vielleicht eine etwas kürzere folge heute mal sehen weil ich werde jetzt nicht in der nacht hier rumlaufen und erstmal noch nicht und dann sehen wir weiter was ich jetzt noch mal gucken was jetzt noch alles hier möglich ist das ist ja die kann man noch öffnen gleich aufräumen das nehmen wir gerne an ich habe nämlich gern den 3er baseball schläger den 2 überspringe ich klauenhammer knochenmesser 3 naja gut wir haben ein 3er alles klar so das könnte auch der händler mitnehmen das händler das und das schockstab manchmal bei die waffen weiß noch nicht er ist nicht schlecht keine frage müsste nur mal richtig skill da wird er wahrscheinlich gar nicht so übel ich habe es nur noch nie gemacht das ist das problem bin ich aber auch glaube ich nicht alleine da was haben wir 73 wir könnten das benutzen bringt uns 15 nahrung jawohl warum wird man es jetzt mal gleich drum kümmern motz und teile da kann man das sein tun und wir haben noch planzen wäre der kaffee oder so viel drei felder die haben wir genau da gucken wir jetzt jetzt auch mal gleich lieber das mit unserem garten hier machen wie wir uns ja gut ihr wisst was ich meine so das behalten wir dann haben wir noch zutaten ja das sieht alles schön aus und konserven haben auch noch sind die schon mal weg und das haben wir hier glücksbrille habe ich gar nicht mehr angezogen aber dafür gibt es in etwas größerer menge so dann haben wir noch mal pflanzen da haben wir ja auch die ganzen wenn nur eine kartoffel schon das ist so wenig pilze wenn man die pilze hier hinsetzen ja wenn wir dann machen wir das doch mal die können doch hier wachsen mal hier in der decke da werden die schon rot ich glaube es geht los und darunter war das ja so dann haben wir noch haben wir soweit alles nur wir haben die haben keine millimeter munition mehr dann machen wir die wache hier weg da kommen wir gar nicht mehr in die verlegenheit das könnte man eigentlich alles dem händler geben was ist hiermit können wir tragen das kann weg das kann weg das auch postpanzer kann weg nach brille behalten wir mal jetzt widerstand lasse ich auch mal hat noch ein müssen kann man sich zulegen das ist auch quatsch wir haben noch einen millimeter eine ganze menge also wieder rein damit und direkt durchschlagen gut knochen das ist glaube ich rohmat ja müssen auch nicht unbedingt mehr sammeln händler noch mal händler behalten wir am an ich müsste eine andere farbe rein machen oder die farbe einfach mal rausnehmen weil das ist wenn ich die ja gar nicht mehr so die farbe können wir dann von mir aus hier in die wache rein tun da ist es egal okay das kommt da noch rein das kommt da rein die müssen wir reparieren oder mal eine neue bauen wir können glaube ich bessere bauen knarre können wir nicht okay und wir haben den entsafter ist fertig moment dann haben wir mal gucken wie der funktioniert er könnte aber schön hier neben dran passen das ist gar kein ach nee was ist denn das ein tool in der drink dispenser also müssen wir einen drink dispenser bauen quest quest das quest nee Ah, okay, die machen wir wohl im Quest-Drink-Dispenser, was ist das? Weiß ich nicht, was das ist. Machen wir hier weg. Cloning-Farming. 1000 Kills haben wir gemacht. Brauen-Butcher. Quest-Butcher. Butcher-Table and Gather Thumb Meat, also Butcher's Table bräuchten wir, aber den können wir auch noch nicht machen. Da kann man nämlich, ja, da fehlt uns nur einiges. Okay, das ist da nix. Ne, gut, ja, was mache ich denn jetzt? Langeweile. Die ist fertig. Lesen. Would you like to start a drink Dispenser Quest? Ja, machen wir mal einfach. Quest. Okay, du bist durstig. Ja, vielen Dank auch. Gut, da werde ich jetzt das Pupszeug da wieder trinken, damit das schon mal weg ist. Ich habe nämlich tatsächlich Durst. Ist okay. Habe ich das noch? Habe ich noch am Mann? So, komm, ich ziehe dir das Zeug rein. Ist mir jetzt egal. Gibt es da halt die Geräusche von dir, oder ist das nur einmal? Got Gas. Eine Minute. Status Effekte. Ja, ja. Geht gleich los, glaube ich. So, also das Ding ist dann praktisch ein, wenn man so will, ein Teil, das dann in diesen Dings da reinkommt. Mal gucken, was müssen wir denn da machen? Ja, gut, habe ich mir schon gedacht. Jetzt muss ich die platzieren, kann ich aber nicht, weil die noch nicht freigeschaltet ist. Also, Dispenser, V2, Weichhaltoption, dieser Block kann platziert werden, hat aber übrigen den dekorativen Wert. Geht jetzt los, jawohl. Ja, wir könnten ihn herstellen, wenn wir soweit wären, sind wir aber nicht. Haben wir noch, die Lampen haben wir alle unten verbaut, das ist aber gut so. So, versorgt sind wir, ja, das macht man jetzt 21 Minuten, das ist eine sehr kurze Folge für meine Verhältnisse, wir gucken mal, was wir essen, was für Essen wir machen könnten. Ja, 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 das geht jetzt so eine Weile, tut mir leid, kann sich ändern. Ich könnte den Ton abstellen, den Ingame-Ton. Dann hört das nämlich auf, mich hört er noch, ja, hoffe ich doch. Weil das ist, äh, das muss nicht sein, da gibt's auch nichts da, das geht jetzt, glaube ich, sechs Minuten lang oder sowas, ne. Aber das ist schon mal vorbei, ja. Aber das hier, weiß ich schon nicht, das könnte noch länger gehen. War aber nicht so schlimm wie vorhin. Gut, dann machen wir es wieder an, komm her. Zack. Okay, ähm, nochmal, was können wir kochen? Es ist gar nicht so viel, was wir kochen können, wir haben nur so viel Zeug. Ah, hier fehlt noch was, ja. Hybrid, achso, wir haben da auch noch nicht so viel freigeschalten. Wir könnten so viel machen, wenn wir was freigeschalten hätten. Eins, zwei, ja. Maisbrot, gehautes Fleisch, grilltes Fleisch, backene Kartoffel, haben nur fünf Kartoffeln. Gut, wir brauchen aber jetzt nicht unbedingt was zu essen, wir haben doch so viel Zeugs. Na ja, viel, 80 Nahrung, 80 Gesundheit, 150 Nahrung, 40 Nahrung, dann nehmen wir mal mit. Und die Pizza 175 Nahrung, ja, gut zur Not, müssen wir die halt ins Reintun. Das hier bringt nur, wie viel, zehn. Dann werden wir das mal benutzen, dann ist das schon mal erledigt. So, jetzt schauen wir uns das hier mal noch an. Das müssen wir jetzt mal in Ruhe angucken. Convert the skill points into any specific skill points. Rezepte. Rezepte. Alchemie. Oh, 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 oh. Ohne Crafting. 20 haben wir. Crafting. Cooking skill point. Crafting. Crafting. Farming. Sollen wir mal Farming machen? So, was ist das jetzt? Ich habe den A00 Farming Farm Table freigeschaltet. Okay. Farm. Farm. Farming. Farm Table. Ja, das ist ja mal was. Dreimal Kochtopf. Okay. Kochtopf sollten wir eigentlich auch machen können. Auch Topf, da ist er doch. Können wir den herstellen? Ja, drei Stück brauchen wir. 40 Sekunden. Farmtable. Wofür ist der gut? Ah, guck mal. Komm, der sagt, nee, wir können hier Craft Seeds und Farm Tools. Boah, gut. Das klingt alles sehr gut. Da, einen haben wir noch. Da geht es richtig ins Eingemachte. Das ist halt gut, wenn man die Nacht dafür nutzt, einfach mal hier das Spielcancel, die Mod vor allem halt. Da fehlt aber noch was. Holz. Wir haben kein Holz mehr. Ah, stimmt ja. Aber ich muss mich mal kurz ein bisschen Holz leihen. Wie viel wird denn denn das? Machen wir hier die Hälfte. Verlegen. Okay. 327 Holz. Hatte das jetzt? Welches Holz braucht man hier? Ne, haben wir doch. Was fehlt hier? Drei Kochtöpfe haben wir. Ich verfüge nicht über die erforderlichen Rohstoffe. Eisen fehlt. Wir haben kein Eisen. Eisen fehlt. Nicht Holz. Wo sieht denn der diese... Ah, was haben wir hier? Ja, okay. Ähm. Müsste ich mal kurz runter. Und ein bisschen farmen, ne? Ja. Ähm. Hier ist unser Ausgang. Also der Ausgang, ja. Das war ziemlich viel. Das waren 300. Also ob ich die zusammenbekomme. Oh, mein Mikro. Sorry. War zu leise jetzt. Ja, okay. Da kriegen wir zumindest die Zeit totgeschlagen. Was aber irgendwie doof ist. Wie bringt das immer hin? Ja. Ich sehe es nicht, wie meine Kamera davor steht. Gut. Hier drin wollten wir sowieso einiges abbauen. Na. Ich baue den mal so ab. Ne, wir bauen so ab. Aber der ist gleich zu Ende. Genau. Genau jetzt. Den muss ich auch ein bisschen langsam machen. Ich habe nur noch drei. Aber wir brauchen das alles nicht. Ich will das Ding da bauen. Was immer es ist. Oh, guck mal her. Schön. Das ist Plastik. Das ist Plastik. Ah, ich könnte mir vielleicht... Ach, hier ist noch jede Menge Eisen. Komm, bevor du hier noch irgendjemanden anlockst. Leuchtvogel. Ich will nicht sagen, aber nachts laufen hier doch deutlich andere Gestalten rum. So, die bringen auch ein bisschen. Mal gucken, wie viel. Hoppla. Okay, es müsste eigentlich reichen. So, ja, genau. Jetzt hat das. Wir sind diese ganzen Punkte hier. Jetzt können wir einen herstellen. Super. Quest. Und wir können daraus ein... Wir können aus dem einen das andere machen. Aus dem anderen das eine. Das ist ja ein Ding. Zehn Rezepte. Alchemie. Cloning. Crafting. Was haben wir jetzt gemacht? Farming. Machen wir jetzt mal... Watch. Advanced Forge freigeschaltet. Advanced Forge. Die ist besser als meine, oder was? Was fehlt hier? Klebebond. 30 Klebebond. Nee. Doch. 500 Steine. Hinten, das ist das, was wir brauchen. Ja. 30 Klebeband brauchen wir. Können wir Klebeband herstellen? Wie viel? 7. Ist natürlich sehr wenig, weil wir zu wenig Kleber haben. Können wir Kleber herstellen? Beuer. Nochen und Wasser. Hm, Wasser? Haben wir eigentlich schon Tau-Sammler hier aufgestellt? Nee. Ich glaube, der Mod hier noch nicht, ne? Wisst ihr auch nicht, wo? Nee. Sollten wir mal tun, ne? Wäre mal eine gute Idee. Tau-Sammler. Gucken, können wir die auch bauen? Theoretisch ja. Wasserfilter, ja. Klar, logisch. In Form Wasserfilter. Okay, gut. Lassen wir das jetzt erstmal. Wir können auf jeden Fall hier eine ganze Menge Zeugs... Eine ganze, ganze Menge Quests kreieren. Fünf Seiten. Und können hier nochmal... ... mit diesen Punkten hier rummachen. So, was war das hier nochmal? Das habe ich auch noch nicht verstanden. Da steht nichts dabei. Emote. Habe ich einen Ton an? Ja. Auch nicht schlecht. Der besser als meiner? Eben so viel bekommen von dem guten Knecht da. Glücksschaden, Fernkampfschaden. Kann man die werfen, oder was? Offensichtlich ja, ne? Ich teste das mal eben. Passiert nix. Dann weiß ich nicht. Die werden, glaube ich, auch abgeschossen, glaube ich. Habe ich schon irgendwas gelesen vorhin von einem... Steht nix dabei. Okay. Hand Cannon. Eine Handkanone. Hand Cannon. Mal gucken. Kann mir sowas bauen? Hans, ja. Hand... Hand Cannon. Können wir bauen. Skulltoken. Zwei. Damit können wir die verschießen. 70 Skulltoken. Wir haben zwei. Okay. Okay. Gut. Ob wir die jetzt herbekommen, weiß ich jetzt allerdings nicht. Es gibt hier so viel Zeug, dem ich nichts anfangen kann. Wir haben schon wieder eine Unmenge von Hunger. Warum? 175. Das dauert ja dann ewig, bis der die abbaut, ne? 80, aber 80 Gesundheit wäre Verschwendung. 150. Da essen wir doch die beiden Dinger mal noch. Was ist das für ein Ding? Eine Milch. Nahrung. Null. Die muss man pasteurisieren, bevor wir sie trinken können. Da machen wir die in die Zutatenkiste. Ja, und ich würde sagen, genug hier rumgeeiert jetzt. Ein Diamant Mining Drillbit. Automeiner. Ein Automeiner. Das ist Werkzeug. Ja, okay. Ich würde sagen, was haben wir hier? Zombie Guts, was immer das ist. Will ich mit den Dingern hier arbeiten. Muss ich mir auch nochmal angucken. Waffen und Munition. Wie das funktioniert. Laser. Cannonball. Laser. WM 50. Wir brauchen wahrscheinlich viel mehr Kisten. So, die räume ich mal wieder hier rein. Das ist eigentlich jetzt eben mal gerade eine gute Kiste für sowas. Zombie Guts. Oh, mein Magen knurrt und rumpelt. Oh, je, je, je. So. Ähm. Ja, okay. Ich werde hier noch ein bisschen rumräumen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bedanke ich mich fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.